Deputy Framingham? Hi. Alonso Mosley, FBI. Das ist mein Partner, Eddie Muscon. Ebenfalls FBI. Er ist neu. Könnten Sie uns kurz schildern, was passiert ist? Es ging ein Anruf ein. Ein Tumult an einer Tankstelle auf der Route 4. Was war das für ein Tumult? Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Ein riesiger Aufstand. Groß angelegt. Wie viele? 30, 40. Es war wie eine Schlacht auf Leben und Tod. Wie konnte es dazu kommen? Wahrscheinlich waren es Engel und Dämonen. Sie liefern sich Gefechte auf der ganzen Welt. Wie bitte? Was hat er gesagt? Dämonen. Naja, er hat eher Probleme. Er trinkt ein bisschen. Wir alle haben unsere Dämonen, stimmt's? Ja, klar. Es war einfach furchtbar. Dann sah ich diesen Mann, er kniete dort. Total konzentriert. Er hatte nicht einen verdammten Kratzer. Kennen Sie den Mann? Donnie Finnermann. Ein Mechaniker. Lassen Sie mich raten. Und dann hat er sich einfach in Luft aufgelöst. Nein, Sherlock Holmes. Er ist unten im St. Pete's. St. Pete's.